So Freunde, euer Simon hier. Es ist Mittwoch, es ist selbstverständlich Thema Ernährung und heute ein Thema, bei dem ich hoffe, unglaublich viele da draußen zu erreichen. Und zwar ist es das Thema Kalorien zählen, Kalorientracker. Warum das wirklich Quatsch ist, warum das ein Mythos ist, nicht in jedem Fall. Ich werde es sehr, sehr, sehr genau erklären. Aber warum mache ich dieses Thema? Warum hoffe ich, dass ich sehr, sehr viel damit erreiche? Ich kann diesen einen Satz nicht mehr hören. Der begleitet mich wirklich seit 22 Jahren, solange ich Fitness mache, immer noch kursiert er überall rum. Und zwar dieser Satz, um abzunehmen, musst du doch nur weniger Kalorien aufnehmen oder weniger Kalorien essen, als du verbrauchst. Ist ja ganz einfach. Und genau aus diesem Satz entstehen dann irgendwelche Kalorienrechner, entstehen dann irgendwelche oder gibt es dann Firmen, die dann irgendwelche Tracking-Armbänder haben und so weiter, die einem dann genau sagen wollen, du benötigst so und so viele Kalorien. Und dann sagen immer ganz viele, ja, ist ja ganz, ganz einfach. Wie gesagt, um zuzunehmen, musst du mehr als das essen und um abzunehmen, musst du weniger als das essen. Das ist alles. Und dann gibt es eben noch die größeren Spezialisten und da habe ich wirklich das größte Problem mit, die sagen, es ist eigentlich völlig egal, was du isst, Hauptsache du triffst oder unterbietest oder überschätzt oder übertriffst deine Kalorien und es ist egal, was du isst. Dem Körper ist es ja egal, Hauptsache du triffst irgendwie deine Kalorien und dann gibt es die Leute, die dann schon sagen, ja, okay, die Makronährstoffe sollte man schon treffen, aber es ist egal, womit. Und das ist absoluter Blödsinn, absoluter Quatsch. Ihr werdet direkt ein Beispiel, ein Beispiel. Zwei Menschen, gleiche Größe, gleiches Gewicht, haben beide so eine Tracking-Uhr oder geben beides irgendwie ihre Werte ein in so einem Kalorienrechner, werden eine, vielleicht die gleiche Zahl herausbekommen, weil auch jeder Rechner will euch eine andere Zahl ausspucken, aber das ist ein anderes Thema. Gleiche Kalorienangabe werden sich daran halten, zwei, drei Monate, der eine wird 10 Kilo zunehmen und der eine wird 10 Kilo abnehmen. Wie kann das sein? Und das ist genau so. Das kann genau so sein, weil es einfach zig Faktoren gibt, die dazu beitragen oder die einfach das Ganze unmöglich machen, so einem Rechner oder so einer Uhr überhaupt sagen zu können, wie viele Kalorien ihr braucht. Es gibt zig, 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 zig Faktoren. Ich werde heute wirklich die so ein bisschen grob zusammenfassen und euch erklären, warum die so wichtig sind. Und ihr wisst, auf diesem Kanal versuche ich nicht nur zu sagen, das ist Quatsch oder so, oder ich versuche euch immer zu zeigen, wie man das Ganze optimieren kann. Kommen wir nochmal ganz kurz zu dem Satz. Ihr müsst nur wissen, wie viel Kalorien ihr aufnehmt und wie viel ihr verbraucht. Beides kann man optimieren. Man kann nie genau sagen, wie viel ihr einnehmt. Ihr könnt nie ganz genau sagen, selbst bei Kalorientrackern, kein Tracker dieser Welt, kein FDDB dieser Welt wird euch genau sagen, wie viele Kalorien ein Apfel hat. Niemals. Ein Apfel kann völlig unterschiedliche Kalorienangaben haben. Der gleiche Apfel, die gleiche Grammanzahl kann hier wesentlich mehr Zucker haben als hier, weil er vielleicht anders irgendwo gedüngt wurde, weil er irgendwie mehr Sonne abgekriegt hat oder irgendwas anderes. Es ist bei allen natürlichen Lebensmitteln so, dass euch so eine Zahl niemals erstens das genau sagen kann. Zweitens, wisst ihr niemals genau, wie viele von diesen Kalorien der Körper tatsächlich auch als Kalorien umwandelt oder euch überhaupt als Energie zur Verfügung stellen kann. Komme ich auch gleich nochmal zu. Und auf der anderen Stelle wissen wir nie genau, wie viel wir verbrauchen. Egal, wenn ihr auch wirklich genau ausrechnet, Grundumsatz und so viel Training und so weiter, werdet ihr niemals rausfinden. Wie gesagt, die Punkte warum, werde ich heute kurz Step by Step erklären und wie gesagt auf jeden Punkt eingehen und kurz nochmal sagen, wie ihr diesen Punkt optimieren könnt. Optimieren bedeutet effizienter die Nährstoffe verwerten, effizienter wirklich mehr aufnehmen können, bessere Nährstoffe aufnehmen können und auf der anderen Seite natürlich, wie wir mehr verbrennen können. Ganz, ganz einfach und bei jedem dieser Punkte kann man auf jeden Fall richtig, richtig viel optimieren. Starten wir direkt mal mit dem ersten Punkt. Warum ist vielleicht Mensch A und Mensch B, also die zwei, die ich am Anfang genannt habe, warum nehmen die unterschiedlich ab und zu? Erster Punkt, den diese Tracker und diese ganzen Berechnungen meistens nicht in Betracht ziehen, ist eben die Körperzusammensetzung. Das werden wahrscheinlich noch die meisten von euch verstehen, unterschreiben und sagen, ja, absolut richtig, klar, logisch. Der eine hat vielleicht bei dem gleichen Gewicht, bei der gleichen Körpergröße wesentlich mehr Muskulatur, der eine mehr Fett. So, wir wissen wahrscheinlich alle, hoffentlich alle, dass Muskulatur in Ruhe, in Ruhe viel mehr Kalorien verbraucht und natürlich mit Sauerstoff versorgt werden, mit Nährstoffen und so weiter. Das heißt, auch wenn ihr schlaft, ist einfach der Grundumsatz von der Person mit mehr Muskeln wesentlich höher als der Grundumsatz von der Person mit mehr Fett. Aber damit hat sich die ganze Sache noch nicht, absolut nicht. Es gibt noch zwei weitere Punkte, die da mit reinspielen. Die dicke Person, vergesst nicht, wenn jemand etwas dicker ist, wenn jemand etwas mehr Körperfett hat, was ihn so umgibt, muss er zum Beispiel jetzt, wo es kälter wird, muss er auch gar nicht so viel heizen. Das heißt, es kommt noch ein Punkt dazu, dass einfach der Körper insgesamt nicht so viel heizen muss. Also verbrennt er insgesamt dafür auch für die Heizenergie, verbraucht er auch weniger Kalorien, als der, der jetzt vielleicht ein bisschen schlanker ist. Ihr kennt das vielleicht, Leute, die sehr, sehr, sehr fettfrei sind, den ist vielleicht schneller ein bisschen kalt und so weiter und der Körper muss einfach mehr heizen. Das ist auch ein Punkt. Und ein dritter Punkt kommt bei der Körperzusammensetzung dazu. Auf den werde ich gleich noch mal ein bisschen genauer eingehen. Und zwar Hormone. Wenn ihr viel Körperfett habt, wenn ihr einfach ein bisschen, ja, ein bisschen fetter seid, und je fetter ihr seid, desto mehr Aromatase bildet der Körper. Und Aromatase, ganz, ganz kurz, da werde ich gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, die Aromatase führt dazu, ganz kurz gesagt, dass einfach mehr Östrogen im Körper ist. Das wiederum führt dazu, dass wir, wenn wir das, das Verhältnis von Testosteron zu Östrogen, eher Richtung Östrogen sozusagen, ist auch besonders bei Männern, aber auch ganz besonders bei Frauen, dass die Fettspeicherung schneller ist, dass wir mehr Fett oder dass wir fetter werden und dass wir weniger Muskulatur aufbauen und, ja, ganz fatal. Deswegen, erster Punkt, wie kann man den optimieren? Ganz, ganz einfach Sport machen, Muskeltraining betreiben, schauen, dass man wirklich das Verhältnis von Muskulatur zu Fett, dass es wirklich mehr Richtung Muskulatur ist. Und das ist eigentlich schon so der wichtigste Punkt bei dem Punkt. Schaut wirklich, dass ihr Muskeltraining macht, besonders im Alter. Besonders im Alter. Schaut, dass ihr nicht zu fett werdet. Das ist wichtig. Besonders ältere Männer, die dann wirklich Titten bekommen, die dann wirklich fett werden und so weiter. Das ist ein Teufelskreis. Ihr werdet immer fetter, baut immer weniger Muskulatur auf und werdet dann immer fetter. So, und dann verbraucht ihr immer weniger Kalorien und, und, und. Teufelskreis. Also schaut bitte auf Muskulatur, auf Muskeltraining, nicht nur Joggen und so weiter, Muskeltraining und versucht, euren Körperfettgehalt eher konstant niedrig zu halten, wenn ihr, wie gesagt, effizient, ja, Kalorien verbrauchen wollt. Das ist der erste, fast, fast der wichtigste Punkt. Zweiter Punkt, der es fast unmöglich macht, so einen Tracker wirklich genau, oder der es einem Tracker unmöglich macht, zu sagen, wie viele Kalorien ihr verbraucht, ist der NEED. Habt wahrscheinlich auch viele gehört, steht für Non-Exercise-Activity-Thermogenetik, glaube ich. Auf jeden Fall alle unbewussten Bewegungen grundsätzlich. All das, was ihr nicht einschätzen könnt, das ist unbewusst. Bei diesen Trackern gebt ihr dann meistens ein, seid ihr eher aktiv oder nicht und dann ist da so ein Faktor irgendwie. Das werdet ihr niemals wissen. Das ist ja auch das Witzige. Viele sagen, ja, aber ich esse ja so viel und kann nie zunehmen. Das sind die Leute, die meistens super hibbelig sind. Das sind, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Kalorien ihr, besonders im Vergleich zu Cardio, das ist immer so witzig, das ist der viel größere Teil, als der, den ihr vielleicht durch Cardio verbrennt. Leute, die einfach rumzappeln, rumhibbeln, die im Job die ganze Zeit hin und her rennen. Meistens, wenn die Leute dann irgendwie so Schrittzähler-Dinger haben, das ist enorm, was da zusammenkommt. Leute, die einfach einen sehr aktiven Job haben, Leute, die sich bewegen, Leute, die die ganze Zeit rumzappeln, Leute, die die ganze Zeit irgendwie hibbelig sind, irgendwie die ganze Zeit klappern und so weiter. Gibt es ganz viele Leute, die kriegen das ja gar nicht mit. Wie sollen, wenn die das nicht mitkriegen, wenn die das nicht wissen, wie sollen die das denn in den Tracker eingeben? Da kann ja nur was Falsches bei rumkommen. Deswegen, erster Punkt, kontrolliert das mal. Ist das vielleicht, wenn ihr nicht oder wenn ihr schnell zunehmt, bewegt ihr euch vielleicht zu wenig? Schaut mal, dass ihr mehr aufsteht, dass ihr mehr rumrennt, dass ihr tatsächlich mehr Aktivität in euer Leben reinbringt. Fahrt mit dem Fahrrad zur Arbeit, bewegt euch ein bisschen mehr, hibbelt ein bisschen rum, lauft mal, steht mal ein bisschen beim Arbeiten und so weiter. Und kontrolliert das einfach mal mehr. Bewegt euch mal ein bisschen mehr, wenn ihr tatsächlich etwas schnell zunehmt. Und andersrum natürlich, schaut mal, ob ihr euch vielleicht wirklich zu viel bewegt. Vielleicht seid ihr wirklich, dann müsst ihr einfach mehr essen, wenn ihr tatsächlich zunehmen wollt. Wie gesagt, dieses ganze Thema hat nicht nur mit Abnehmen zu tun, ganz im Gegenteil, hat auch sehr, sehr stark mit Zunehmen zu tun. Kontrolliert das mal genau. Schaut mal, wie viel bewegt ihr euch. Und wie gesagt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil es eben unbewusst ist. Schaut mal, wie ist da tatsächlich eure unbewusste Bewegung und so weiter und versucht das mal auszurechnen. Das ist gigantisch. Da kommen wirklich Zahlen raus bei einigen, wo ich das mal wirklich berechnet habe, wo wir das mal geschaut haben. Da kommen wirklich 1200, 1300 Kalorien extra drauf. Das heißt, Leute, die einfach unbewusst sich mehr bewegen, die können zum Teil wirklich eine Riesenpizza, zwei Döner mehr essen und kommen trotzdem praktisch auf Deckung der Kalorien raus. Und wie gesagt, das ist ein unglaublich riesiger Punkt. Viel größer noch als der, der praktisch durch Sport dazu kommt. Sport können die Tracker meistens noch irgendwie erkennen. Wenn wir wissen, wir haben noch eine halbe Stunde auf dem Kardioband, das wissen die meistens noch. Das kann man ungefähr grob berechnen, das ist bei jedem ähnlich. Aber das spielt meistens viel weniger mit ein, als diese ganz unbewusste Bewegung. Und deswegen die unbewusste Bewegung ist auch so ein Punkt, den die Tracker meistens nicht können. Schaut da, dass ihr das Ganze auf jeden Fall optimiert mit mehr Bewegung oder vielleicht mit ein bisschen weniger Bewegung oder mit mehr Essen. Der dritte und eigentlich so der wichtigste Punkt, den die meisten Leute eben nicht auf dem Schirm haben, die immer sagen, ja und auch wenn ich weiß, wie viel ich mich bewege, ich weiß, wie viel ich mich unbewusst bewege, ich weiß, wie groß ich bin, wie viele Muskeln ich bin, ihr werdet niemals genau in eure Physiologie, in eure Biologie eintauchen können. Ihr wisst nicht hundertprozentig, auch das werden vielleicht einige noch untersuchen, Thema Schilddrüse zum Beispiel, zum Teil genetisch, zum Teil aber auch durch die Ernährung gesteuert. Und zwar nicht nur, wie viel T3, T4, also wie viele Schilddrüsenhormone zum Beispiel produziert die Schilddrüse oder kann sie überhaupt produzieren, sondern wie effizient arbeitet sie überhaupt, wie gut wird praktisch das Ganze in die aktive Form umgewandelt. Da spielt die Leber ganz, ganz wichtig mit. Das heißt, ihr bestimmt das nicht nur genetisch, sondern es geht nicht nur, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, ich gehe zum Arzt, sondern ihr bestimmt das auch durch eure Nahrung, durch euren Lebensstil, wie gut die Schilddrüse funktioniert, wie gut sie im Zusammenspiel auch mit der Leber spielt sozusagen, wie gut aus T4 eben das aktive T3 umgeformt werden kann. Das hat ganz viel mit eurer Lebensweise, mit eurer Ernährung zu tun, aber auch mit eurer Genetik, mit eurer Physiologie und, und, und. Und nicht nur die Leber ist da besonders wichtig, sondern ganz besonders eben der Darm. Ihr habt wahrscheinlich schon mitgekriegt, dass ich meine ganzen Rezepten und so weiter, auch in den Ernährungsvideos, ich versuche euch immer klar zu machen, dass ihr eher unverarbeitete Lebensmittel essen sollt, dass ihr sehr, sehr stark auf eure Ballaststoffe achten sollt, dass ihr auf Antioxidantien achten solltet, auf insgesamt, auf ganz, ganz viele Pflanzenstoffe und, und, und. Und gegen freie Radikale und so weiter im Körper, gegen Entzündungen, Omega-3-Fettsäuren und, und. All das spielt tatsächlich ganz stark in diesem ganzen Kreislauf des Stoffwechsels zusammen. In den ganzen, wie viel wird verarbeitet? Ganz, ganz kurz. Ich will da, das ist wirklich ein Video für sich, aber die ganze Darmtätigkeit. Ihr züchtet euch sozusagen eure Bakterienkulturen im Darm selbst an. Das heißt, es gibt wirklich Menschen, nehmen wir nochmal Mensch A, Mensch B. Der eine hat sein Leben lang nur Fastfood gegessen, hat Schrottlebensmittel gegessen, hat unglaublich viel Zucker gegessen, hat vielleicht sogar etwas durchlässige Magenwände oder Darmwände, also Leaky Gut, und insgesamt verarbeitet Lebensmittel anders als der andere. Das heißt, ihr gebt dem 1000 Kalorien und dem 1000 Kalorien. Und das, was eben dabei rumkommt, das, was verstoffwechselt wird, kann unglaublich unterschiedlich sein. Es gibt Menschen, die tatsächlich sogar die Fähigkeit haben, weil sie andere Bakterienkulturen haben, weil sie sich die angezüchtet haben, die können Ballaststoffe, die vielleicht die eine Person, bei dem die eine Person wirklich, die nicht aufgenommen werden, die wirklich den Darm reinigen, die dafür einfach unglaublich gesund sind, der kann aus diesen Ballaststoffen tatsächlich Kalorien ziehen, Energie ziehen und kann dann durch Ballaststoffe tatsächlich auch in einen Kalorienüberschuss kommen, weil er tatsächlich Ballaststoffe verwertet und, und, und. Gut, es ist so ein unglaublicher Unterschied, wie der Magen arbeitet, wie der Darm arbeitet. Glaubt mir, der Darm hat so viel Einfluss auf die ganze Verstoffwechselung, wie effizient die Nahrung verstoffwechselt wird, wie gut ihr euch fühlt, wie wohl ihr euch fühlt. Das ist unglaublich. Und auch da, ihr könnt es unglaublich beeinflussen. Denkt dran, das ist der Grund vielleicht, warum die einen mehr, die einen weniger zunehmen, aber ihr könnt es beeinflussen mit guter Nahrung, Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien in der Nahrung. Selen zum Beispiel, ganz, ganz besonders auch, um eben die ganze T4, T3-Umwandlung bestmöglich zu gewährleisten, um die Leber zu unterstützen. Ballaststoffreich essen, wirklich unverarbeitet essen. Auch unverarbeitete Lebensmittel werden auch etwas anders verstoffwechselt, etwas energiereicher verstoffwechselt, wenn ihr da nur leere Kalorien reinschmeißt. Es ist nicht einfach nur Kalorien, die ihr reinschmeißt. Es ist auch nicht nur der Makronährstoff, den ihr reinschmeißt, sondern eben Vitamine, Mineralstoffe, Omega-3-Fettsäuren, damit es auch nicht zu diesen kleinen Entzündungen kommt im Körper. Damit ihr einfach dafür sorgt, dass euer Darm richtig funktioniert, ist die Art der Ernährung unglaublich wichtig. Ich werde das so oft noch in den Videos sagen. Und es ist einfach so, dieses If It Fits Your Macros, Hauptsache, ihr trefft eure Makronährstoffe, ist einfach Quatsch auf Dauer. Wenn ihr nicht darauf achtet, was ihr esst, werdet ihr eben ungesund und werdet eben schneller zunehmen oder nicht so schnell die Nährstoffe aufnehmen, die ihr haben wollt. Das ist alles Physiologie, die ihr aber auch mit beeinflussen könnt. Schilddrüse, Leber, Darmtätigkeit, Darmaufnahme und so weiter. Könnt ihr alles verbessern, optimieren mit den richtigen Lebensmittel. Und ich versuche euch immer in meinen Rezept-Videos wirklich so eine ausgewogene Sache zu zeigen, wo wirklich die wichtigen Lebensmittel sind, damit euer Stoffwechsel einfach richtig, richtig schnell funktioniert und das Ganze richtig, richtig gut funktioniert. Das ist so einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Also die Biologie, die Physiologie, ja, eurer, eures Stoffwechsels sozusagen. Der nächste Punkt, den werden wahrscheinlich viele kennen. Ihr wisst wahrscheinlich, dass eben nicht Kalorie gleich Kalorie ist. Das heißt, wieder Person A, Person B. Person A bekommt 2000 Kalorien am Tag aus Zucker und Fett. Person B bekommt 2000 Kalorien aus Fett und Eiweiß. Die werden im Endeffekt anders ab- oder zugenommen haben. Fett und Kohlenhydrate haben einen anderen thermischen Effekt sozusagen und Eiweiß auch. Das heißt, wenn ihr 1000 Eiweißkalorien zu euch führt, werden nicht auch 1000 Kalorien sozusagen für die Energie gewonnen werden. Anders vielleicht als bei Kohlenhydraten und Fett. Der Körper muss mehr Wärme produzieren, muss mehr Energie reinstecken, um das Ganze zu verstoffwechseln. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, sättigt länger und so weiter. Also die Makronährstoffe sind auch ganz entscheidend daran beteiligt, wie eure Körperzusammensetzung sich euch ändert. Auch wenn ihr ein Defizit seid. Nehmen wir einfach mal jemand, der hat ein Defizit von 1000. Der eine isst aber zum Beispiel seine Kalorien nur aus Fett und Kohlenhydraten, der eine nur aus Eiweiß, wird der eine vielleicht auch abgenommen haben. Aber der eine ohne Protein, wird Muskulatur abgenommen haben und der eine eher Fett abgenommen haben. Makronährstoffe tragen unglaublich viel dazu bei. Das heißt nicht nur, dass ihr auf ein Defizit oder auf ein Maximum kommt. Andersherum, wenn Person A die gleiche Kalorienanzahl hat und Person B hat vielleicht 500 Kalorien mehr, aber diese Kalorien bestehen nur aus guten Proteinen, wird er nicht mehr zugenommen haben. Denkt an diese Studie, die ich euch vorher mal gezeigt habe. Sein Körper wird versuchen, alles zu tun, mehr Wärme zu produzieren, sich mehr zu bewegen, aber er macht ungerne aus Proteinen Fett. Deswegen ist unglaublich wichtig, welche Makronährstoffverteilungen ihr habt in eurer Ernährung. Viel Eiweiß, gute Fette, essentielle Fette und eher moderat oder eher wenig Kohlenhydrate, weil das das ist, was der Körper eher nur zu Power, zu Energie braucht, aber nicht wirklich für die ganzen lebenswichtigen Funktionen. Achtet unbedingt auf eure Makronährstoffe. Also nicht nur Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe, sondern unbedingt auf eure Makronährstoffe. Aber jeder, der auf dem Kanal ist, wird ungefähr wissen, dass das wirklich so einer der Hauptfaktoren ist und dass eben der den Unterschied macht. 2000 Kalorien Eiweiß sind nicht das gleiche wie 2000 Kalorien Kohlenhydrate. Also du isst, du musst nur deine Kalorien decken. Ich glaube, alleine der Punkt zeigt eindeutig, dass es für die Gatzemir Quatsch ist. So, der nächste wichtige Punkt, einer der wichtigsten Punkte überhaupt, der es einfach unmöglich macht, so einen Tracker zu sagen oder dass er euch einen Tracker sagt, wie viele Kalorien ihr benötigt, sind tatsächlich Hormone. Ich habe gerade, wie gesagt, bei dem Fetteren schon darauf angespielt, eben Aromatase, im Endeffekt mehr Östrogen, aber eben auch, denkt dran, bei Frauen zum Beispiel, die Pille. Die Pille dringt oder greift in euer Hormonsystem ein. Auch da kommt es zu mehr Fettspeicherung und, und, und. Aber auch hoher Alkoholkonsum zum Beispiel. Insgesamt zu wenig Zink, bin ich direkt mal bei den Optimierungssachen, zu wenig Zink, zu wenig Vitamin D. Und ganz, ganz, ganz wichtig, worauf ich hinaus möchte, zu viel Stress. Zu viel Stress fördert einfach oder bringt euren Cortisolspiegel nach oben. Cortisol inaktiviert das T4 und verlangsamt somit den Stoffwechsel. Das heißt, Cortisol, wenn ihr Stress habt, wenn ihr viel Stress habt, wenn ihr euch auch viel Stress macht, vielleicht zum Beispiel auch mit Kalorien zählen oder mit einer straffen Diät, die einfach zu lange durchzieht, verlangsamt euren Stoffwechsel. Viele wundern sich, dass sie eine lange Diät machen, die sie total stressen, oder eine Diät, die ihnen überhaupt gar keine Spaß macht, weil sie sich da irgendwie geißeln, weil sie auf die Lebensmittel nicht zurückgreifen können, die ihnen vielleicht Freude geben oder die ihnen Freude machen, entwickeln dadurch unglaublich viel Stress und nehmen plötzlich nicht mehr ab, weil einfach der Stoffwechsel langsamer ist. Viele sagen, eingeschlafenen Stoffwechsel gibt es nicht. Natürlich wird er nicht einschlafen, er wird langsamer. Durch Cortisol zum Beispiel wird eben, wie gesagt, das T4, was notwendig ist praktisch für den Stoffwechsel, wird einfach inaktiviert. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also eben nicht nur Östrogen, sondern eben auch Cortisol. Alles hormonelle Dinge, auch wie gesagt, wenn ihr die Pille nehmt, wenn ihr viel Alkohol trinkt, wenn ihr nicht ausreichend Mineralstoffe, Vitamine habt in eurer Nahrung, wenn ihr nicht ausreichend Eiweiß habt, wenn ihr nicht ausreichend trainiert. All das kann eben über den Umweg der Hormone dazu führen, dass euer Stoffwechsel langsamer wird. Und deswegen solltet ihr da unbedingt schauen, optimieren. Aber auch da spielt wieder alles mit zusammen. Also Sport machen, wie gesagt, auf eure Ernährung achten, nicht zu viel Stress und so weiter. Deswegen auch da, macht euch nicht verrückt mit irgendwelchen Kalorienzählern. Manchmal nehmt ihr viel besser ab, wenn ihr euch das Stückchen Schokolade gönnt, als wenn ihr unglaublichen Stress entwickelt, weil ihr eben darauf verzichten müsst. Denkt bitte immer da dran. Jemand, der das Stückchen Schokolade isst, kann vielleicht besser abnehmen, als derjenige, der darauf verzichtet. Und dann gibt es zum Schluss noch so Faktoren wie äußere Umstände. Die spielen jetzt vielleicht nicht ganz so krass da rein, aber ein Tracker weiß nicht, wie warm ist es draußen. Es ist richtig, richtig kalt, sodass ihr einfach die ganze Zeit bibbern müsst und die ganze Zeit euer Körper auch Temperatur aufbringen müsst. Es ist super heiß, dass ihr spitzt. Lebt ihr vielleicht in einem Gebiet, wo insgesamt die Lebensmittel, wenn ihr vielleicht regional esst, wo die Böden einfach schlecht sind, die einfach nicht mehr ganz so viele Vitamine, Mineralstoffe haben, wie es heutzutage tatsächlich ist. Das heißt, eigentlich ist es eine Katastrophe. Wir führen dazu, dass der Magen immer schlechter die ganzen guten Nährstoffe aufnimmt, geben aber auch immer weniger Vitamine, Mineralstoffe mit rein, weil wir immer mehr Schrott essen. Dazu werden die Lebensmittel, die guten Lebensmittel auch noch immer vitaminärmer, weil die Böden einfach nicht mehr so gut sind und es ist einfach wie so ein Teufelskreislauf. Das heißt, äußere Umstände spielen auch mit rein. Vergesst die nicht, wie gesagt, Temperatur, Luft, wie gut die Luft ist, wie gut die Lebensmittel sind und so weiter. Auch das spielt alles mit rein. Auch das kann euch ein Tracker nicht sagen. Wie optimieren wir das Ganze? Wie gesagt, schaut einfach, dass ihr gute Lebensmittel esst aus gutem Anbau. Schaut vielleicht tatsächlich ein bisschen auf Bio. Schaut, dass es nicht so gedüngt ist. Schaut, dass ihr vielleicht nicht zu viel Thunfisch isst, weil da zu viel Quecksilber ist und und und. All solche Faktoren spielen auch mit rein in die ganze Kalorien-Thematik. Und deswegen als kleines Fazit. Versucht zum einen, auf all diese Punkte zu achten. Versucht euch nicht verrückt zu machen mit Kalorienzählen. Wie geht ihr jetzt vor? Viele werden jetzt sagen, ja Simon, ich bin jetzt blöder als vorher, weil jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie viele Kalorien soll ich denn essen, wenn ich zunehmen will und wie viel soll ich essen, wenn ich abnehmen will. So, ganz, ganz einfach. Stellt euch einfach auf die Waage. Versucht all diese Punkte zu beherzigen. Versucht wirklich clean zu essen. Versucht all das zu optimieren, was ihr euch gerade gesagt habt. Und dann stellt ihr euch einfach auf die Waage. Wenn ihr abnehmen wollt, versucht bitte langsam abzunehmen, wenn ihr langfristig abnehmen wollt. Versucht mit diesem Lebensmittel, mit der richtigen Makronährstoffverteilung, mit dem richtigen Sport langsam abzunehmen. Dann habt ihr ein gesundes Defizit. Wenn ihr in der Woche, ich sag mal, ein halbes Kilo, jeder der unglaublich, also halbes bis maximal, maximal ein Kilo verlieren wollt mit Sport, mit gesunder Ernährung, ist es das Maximum. Wenn das Step by Step geht, ist es in Ordnung. Wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, dann rechnet euch ungefähr aus, da habe ich auch Videos zu, wie viele Muskeln könnt ihr überhaupt aufbauen. Und dementsprechend schaut ihr einfach, dass ihr so viel esst, dass ihr eben nur minimal aufbaut in der Woche. Weil so viele Muskeln können wir in der Woche gar nicht aufbauen. Ihr wollt nicht Fett aufbauen, ihr wollt Muskeln aufbauen. Wenn ihr Anfänger seid, geht da etwas mehr. Das heißt, ihr könnt den Überschuss etwas größer gestalten. Wenn ihr lange dabei seid, könnt ihr nicht mehr viel aufbauen. Dann braucht ihr nur noch einen ganz, ganz, ganz kleinen Überschuss. Oder ihr habt noch ein bisschen was am Körper, dann habt ihr einen Überschuss am Körper. Ansonsten wiegen. Schauen, wie ist die Körperzusammensetzung, wie ist das Wohlbefinden, wie wohl fühlt ihr euch. Wenn ihr all diese Punkte optimiert habt, wird es euch besser gehen. Ihr werdet plötzlich merken, dass ihr viel mehr essen könnt, ohne zuzunehmen. Ihr werdet merken, dass ihr viel mehr essen könnt und trotzdem abnehmt. All das spielt unglaublich viel mit ein. Wenn ihr an Person A und B denkt vom Anfang, wollt ihr eher die sein, die mehr verbraucht, die mehr verbrennt, die effizienter das Ganze verbrennt. Und das könnt ihr wirklich sagen mit den Punkten, dass wir durch keinen Kalorienzähler dieser Welt abnehmen. Und kein Kalorienzähler oder kein Trackingband dieser Welt wird euch sagen, wie viel ihr verbraucht. Ihr könnt das bestimmen. Und das hört sich immer so blöd an, aber ihr könnt sehr, sehr, sehr stark eingreifen in euer Wunderwerk, in euer Verbrennungszentrum und könnt da wirklich wahnsinnig gut reinspielen. Und ja, wie gesagt, im Nebenspiel fühlt ihr euch glücklicher, habt mehr Power, seid viel glücklicher, viel gesünder und und und. Fühlt euch wohler, Magen funktioniert besser und und und. Unglaublich wichtiges Video. Bitte Punkte aufschreiben, versucht das Ganze zu optimieren, nicht verrückt machen. Channel abonnieren, ja, die besten Supplements, Body, Nutrition und BIP-Ware. Bis dahin, euer Simon.